Thema digitaler Tacho 1.4 Seit 1. Oktober werden die Tachographen der neuen Generation in jedes Fahrzeug eingebaut. Neben mir sitzt Bernd Schlumberger, Leiter Fuhrpark und Transportmanagement bei Tewa Ratio Form. Und Sie haben schon erste Erfahrungen gemacht mit dem digitalen Tachographen. Welche Vorteile ergeben sich denn in der Praxis? Also es sind recht viele Vorteile. Zum einen für den Fahrer. Der Fahrer hat keine Ängste mehr und kann jetzt gut mit dem neuen Tacho umgehen. Er sieht es als Unterstützung. Er hat Echtzeitdaten, die zueinander passen. Das heißt, Bordrechner digitaler Tacho liefern genau die gleichen exakten Daten. Die Aufzeichnung ist eher vorteilhaft für den Fahrer, für die Fahrzeit und auch für den Unternehmer. Die ganze Luft wird rausgenommen in dem Prozess. Das heißt, die Dispo-Prozesse gehen wieder auf. Die Spannung zwischen Disposition und Fahrer geht null. Auch der Kunde kriegt wieder in seinem gewünschten Zeitfenster die Ware. Parkplätze können wieder problemlos erreicht werden, die vorher so in der Strecke geplant waren. Vermeidung von unnötigen Standzeiten aufgrund des Remote Downloads, der auch jetzt unterwegs gemacht werden kann. Also da muss der Fahrer nicht in den Hof, das Fahrzeug nicht stehen. Und wie gesagt, der Ärger an allen Ecken und Enden ist G-Null. Und der gefühlte Zustand ist jetzt wieder wie beim analogen Tacho. Ich würde sogar sagen, noch besser. Sagen Sie aus der Erfahrung, die Sie jetzt seit Oktober mit den neuen Geräten haben. Absolut, genau. Und man spricht von 20 bis 40 Minuten, die man pro Tag einspart. Genau, je nach Einsatz. Im Fernverkehr Minimum 20 Minuten Einsparung. Natürlich abhängig von den Stops. Je mehr Stops, desto mehr Einsparung. Und im Nahverkehr, Verteilerverkehr sind es im worst case 40 Minuten. Was empfehlen Sie denn, wie soll man in der Praxis vorgehen? Also ich würde auf jeden Fall mir das Thema angucken, mich mal mit meiner Heimatwerkstätte in Verbindung setzen, mit dem Serviceleiter mich beraten lassen, welcher Hersteller denn was liefern kann. Und dann vor allem, bevor man dann loslegt, den Umbau vorzunehmen, muss das Personal professionell geschult werden. Entweder vom Hersteller, vom Servicebetrieb oder von der Logistikakademie hier in Ulm. Damit die Fahrer wirklich auch vertraut sind mit den Inhalten, mit der Bedienung etc. Dann die Schulungen einsteuern und dann den Umbau koordinieren mit dem Servicebetrieb. Wenn man sich dann für einen Hersteller, für ein Fabrikat entschieden hat, das Ganze geht sehr schnell. Das heißt, innerhalb von drei bis maximal vier Stunden ist das Fahrzeug wieder aus der Werkstatt raus. Das heißt, alter Tag raus, Download, Einbau, Kalibrierung und dann geht es los. Aber wie gesagt, ganz wichtig, das Personal inklusive Disposition muss vorher detailliert und professionell geschult werden. Und Ihr Fazit, lohnt sich der Umbau? Der Umbau lohnt sich allemal. Ich würde jedem Fuhrunternehmer, Spediteur empfehlen, sofort umzubauen. Denn 700 Euro amortisieren sich im Worst Case etwa in einem Monat. Und warum sollte man diesen Vorteil, Benefit in der Effizienz, in der Handhabung nutzen und vor allem die Luft rauszunehmen aus dem ganzen Prozess? Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. 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 Vielen Dank.